Du hast in den ersten Videos gelernt, wie man durch die Linearfaktoren ganz schnell auf die Lösungen kommt. Du siehst das hier nochmal, das ist dieselbe Gleichung, die wir vorher schon verwendet haben. Eine Kleinigkeit noch als Ergänzung dazu, an den Lösungen ändert sich auch nichts, wenn ich die Linearfaktoren mit einer konstanten Zahl multipliziere, also zum Beispiel mit 0,5. Es sind auch immer dieselben Lösungen. Natürlich ändern sich jetzt die Koeffizienten der Gleichung. Man sieht auch sofort, dass vor diesem x hoch 4, also vor dem stärksten Häuptling, wie ich ihn immer nenne, jetzt eine Zahl steht. Das heißt, der Leitkoeffizient ist jetzt nicht mehr 1, sondern 0,5 und daran erkennt man schon, dass das Ganze mit einer Konstante multipliziert wurde. Das ist aber für die Sachen, die wir jetzt machen, überhaupt nicht wichtig. Ich möchte jetzt ganz was anderes zeigen. Betrachte mal diese ersten drei Klammern hier und ich will die mal ausmultiplizieren lassen. Also x minus 5 mal x plus 1 mal x minus 2. Das ergibt logischerweise einen Term vom Grad Nummer 3, x hoch 3 minus 6x und so weiter. Und jetzt fehlt ja noch diese letzte Klammer. Und es ist irgendwie klar, wenn ich jetzt diesen Term, der ja durch die ersten drei Klammern entstanden ist, nochmal mit der letzten Klammer multipliziere, kriege ich wieder das, was oben in der Angabe steht. Das zeige ich da mal kurz her. Also ich multipliziere diesen Term vom Grad 3 mit meinem Linearfaktor, der jetzt noch fehlt, x minus 3. Und natürlich kommt wieder genau dasselbe raus, was da oben gestanden ist. So, warum sage ich das jetzt? Stell dir nun das Ganze mal umgekehrt vor. Wir wissen ja, wenn diese Klammer mal diese Klammer hier dieses Ergebnis erzeugt, dann kann ich ja umgekehrt durch eine Division von diesem Ergebnis wieder hier zurückrechnen. Ein Beispiel dazu. Wir haben hier oben multipliziert diese Klammer mal dieser Klammer und dieses Ergebnis bekommen. Siehst du es hier nochmal? Und jetzt stell dir das mal als Gleichung vor und ich dividiere jetzt die Gleichung durch x minus 3. Dann steht doch hier auf dieser Seite jetzt x hoch 4 bla 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 dividiert durch x minus 3 ist gleich dieser Ausdruck hier. So schaut das aus. Was bedeutet das jetzt? Ich kann, wenn ich ein Polynom von Grad 4 habe und eine Lösung schon kenne, also zum Beispiel die Lösung x ist gleich 3, durch den Linearfaktor, den dazugehörigen, der zu dieser Lösung gehört, dividieren und bekomme dann ein Polynom von Grad 1 weniger schlicht und einfach. Ich gehe aus von einem Polynom von Grad 4, dividiere durch einen Linearfaktor und was kriege ich? Ein Polynom von Grad 3. So was nennt man auch Abspalten von Linearfaktoren.